Jo, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Rappi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Immer noch vor dem finalen Kampf, ja, die Nebenquests. Haha, hab ich euch reingelegt, wir sind nicht im finalen Kampf, wir sind vor dem finalen Kampf. Jedenfalls, in einem Skid wurde ja offen gesagt, dass Mila mal Nierkehra besuchen sollte und ja, ich sehe schon hier direkt das Ausrufezeichen und ja, würde ich sagen, das hat sich schon mal gelohnt. Ja, du warst irgendwie tot. Warte mal, sie war tot? Haben wir überhaupt erfahren, was passiert ist mit ihr? Wir müssen sie stoppen. Das ist mein Geist. Ja. Na klar. Haben wir noch irgendwas? Ich schaue mich noch mal, wir sind hier oben. Also für diese... Also da hatten wir ja ein Museum erledigen müssen, dann war mir schon irgendwie klar. Dafür muss jetzt nicht hier so eine Szene kommen. Mein Gott. Hey! Willkommen, Questgeber Nummer 2. Ah, ich glaube, dafür darfst du was bezogen. Nein, nein, nein. Du hast zurückgekehrt. Ich habe mir gedacht, ich habe noch nie gesehen, dass ich ihn vorhin nicht gesehen habe. Du wirst, wo er vielleicht sein könnte. Ivor? Er muss sich irgendwo ausgeschlagen haben, ohne meine Verpflichtung wieder. Das ist wahrscheinlich wegen mir. Sorry, das. Hm, ich verstehe. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, um dich zu entschuldigen. Oh, irgendwas für mich. Verdammt! Nein. Ich dachte irgendwie, Geschenke... ...und die Bewaffen... Ha, lies ihn. Lies ihn vor. Es ist nur für dich persönlich. Sind wir jetzt echt tot? Ich kann mir nicht vorstellen, von Jawa haben wir auch nichts mehr gehört. Ist er wirklich tot? Ich meine, er sind doch die Hauptantorganisten. Die wissen doch, zurückkehren immer wieder. Ja. Die Team von Press'in Wettbewerb wurde ausgeschlagen, wegen der Informationen, die ich gewonnen habe, durch sie zu schüren. Und zwar... Die letzte Sache, die sie gesagt hat, war, dass sie mich überrascht hat. Ich. Der Mann, der kostet ihr alles. Sie wissen, dass ich wieder zurückgekommen würde. Ich kann mir nicht glauben. Du kannst hier so lange bleiben, wie du es brauchst. Aber komm zurück, wenn du bereit bist. Wir warten für dich. Ich werde es immer noch halten. Ich werde alles, was du mir gegeben hast. Jetzt kommt ihr hochgeklettert und macht uns platt. Goodbye, Jill. Das war immer mein liebster Name. Ah, Jill. Okay. So ist die Olle also. Okay. Ich meine, die sind wirklich alle tot. Wer lebt denn überhaupt noch von der Chimereale? Wingull. Wingull ist noch am Leben, ne? Oder? Professor und Agria sind die Krippe runtergestürzt. Zhao ist schon lange tot. Und da waren ja noch vier, ne? Ja, Gaius ist natürlich noch am Leben. Wingull. Wingull ist noch am Leben. Verdammt. Äh. Der Super Saiyan Baum von allen. So, ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Wir haben noch hier und da die Beute gegensteine. Nein. Warum eigentlich? Ich bringe doch gar nichts mehr. So schwache Beutekindsten, die bringen doch gar nichts mehr. Hier, das mal gucken. Spinnen. Was darf ich bekommen? Spinnen jetzt, ne? Ist doch bestimmt hier Pflanze? Weiß ich nicht. Ne, Insekten. Boah, Pflanze. Aha. Ja, hier, erste Dinge. Ich bringe doch gar nichts. So, warte mal noch, warte mal noch. Lass mich überlegen. Beziehungsweise nach. H. Langsam schließt sich hier alles Schwesternschaft. Keine Ahnung. Ja, machte Erinnerung. Gibt sich nach Schandu. Okay. Äh. Hä? Lass sie nicht vorhören. Wenn sie Timo an einem bekannten Ort einsetzt, kann sie sich vielleicht an. Vergessen es zu erinnern. Bekannten Ort. Äh. Eine einsame Heimkehr. Ich glaube, ich hätte besser etwas mit dem Haus machen können. Und während ich da bin, sollte ich Eila auch sehen. Okay. Aber wir wissen schon mal zwei Sachen. So, wo konnte er mir ein bekannter Ort sein? Weil hier die Statue. Nein. Hätte sein können. Dann gehen wir zu Els Mutti. Äh. Els Mutti. Oder wir gehen direkt hier ein. Ha. Hier sind wir in Schandu. Erinnerst du nichts? Wenn du ihn so fragst, ist es viel zu viel Druck. Ich fühle mich nicht, wie du es brauchst, Elis. Vogel. Hat Wingo auch einen Booster benutzt? Vielleicht hat er eine Verbindung mit Timo. Das ist möglich. Aber sein Booster scheint ein anderer Typ zu sein. Wissen Sie nichts über ihn, Elis? Nur der Wingo schreckt mich. Warte mal. Ich denke, ich weiß ihn. Ich weiß ihn. Ich weiß ihn nicht. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe gesagt, dass sie nie Chippo ohne ihn haben können. Könnte das sein, dass Wingo... ... mein Vater? Ich habe gesagt, dass die Experimente humane waren. Aber können wir ihn nicht behaupten? Was? Was mit ihm angenommen hat? Was? 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 Das ist, wo deine Mutter lebte, nicht wahr? Ja. Du bist zurück? Hey, Elis. Ich hab deine Instanz. Also. ... meine Mutter ist tot. Oh. Entschuldigung. Ich bin okay. Es ist eigentlich ein Teil von mir, der sich jetzt entschuldigt. Will ich mich für das? Eine Menschheit ist eine schwerste Sache. Wenn du deine Mutter schütztest, ist es nur natürlich, dass du so fühlst. Ich habe nie gedacht, dass du mich derjenige. Okay, genug von diesem. Isla, wie hat sie wirklich sterben? Was? Wenn du die Ursache des Todes, es war ein sudden paroxysm von... Du denkst nicht, dass es die Züge ist? Weil meine Mutter wusste, dass du es in die Züge verbringst. Was? Erinnerst du, wie sie hatte diese lustige Momente? Sie hat mir gesagt, dass die Züge in einem Buch gesagt hat. Sie liebte. Wenn sie es wusste, warum sie es liebte? Keine Ahnung. Du bist immer ein guter Lied. Es ist... Es ist... Es ist du und der Gruppe von dir, der mich hier verbringst. Warte, stopp. Ah, super. Auf der Suche nach Isla. Woher weißt du das? Wolltest du was wissen? Wir sind noch nicht mal hier rausgegangen. Mein Gott. Hier geblieben. Wo waren die nochmal? Ja, hier. Pfff. Ja, hier. Wir sind noch nicht hier rausgegangen. Ich weiß aber, wo sie ihn gegangen sind. Ist gut, wie ihr seht. Schön. Ich habe irgendwie Angst vor dem Bosskampf oder irgendwie so. Kann ja passieren. Deswegen speichere ich euch. Wohl eigentlich glaube ich nicht so. Oh, ja, ja. Kommt jetzt wieder Action. Ich habe hier nicht das Gebiet, wo die Bonsound zu stark waren. Alter, wo ist sie denn jetzt? Der ist ja nie im Leben, wo die jetzt ist. Oh, da ist noch was ich noch nicht hatte. Ha! Da haben wir hier schon mal. Woher soll ich denn jetzt wissen, wie die ist? Das ist auch noch. und ging schon mein gott dann habe ich nie alles verpasst da auch er hat schon oder hier war doch auch so ein teufels bestie oder was weiß ich wie heißen bis jetzt eigentlich auch locker platt machen können wahrscheinlich war im nächsten fahrt das hat hier überhaupt noch schaffe ich jetzt noch schaffen weil es schon spät und ich bin müde schlafen und nehme ich überhaupt noch auf über kein bock mehr ein trotzdem ist spät und wo ist die rolle köpfe ich mir vor wenn ich finde dann finde ich sie nächstes mal dann habe ich die so kaputt dass ich schläft ein sind 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 wir jetzt hier richtig oder glücklichen jahrgründen dann das gebiet anscheinend nicht da ist bestimmt da oben irgendwo es war mir der ort noch bekannt vor ne hier ist noch gar nicht dieses eine fisch ist aber wo bin ich mir ist richtig er hat mit den anderen gebiet verwechselt dieses katzen tier fisch ist da entweder bis hier oder auf dem anderen dingen da musst du da oben sein wenn ich dann habe ich kann auch mal zu suchen ich irre ich gehe jetzt einfach schon mal hier mit hin woher gab es auch irgendwie so eine bandit quest ich glaube ich dass es hier befindet weil dann bin sich ja die quest irgendwie überschlagen hey wo bist du denn sag mal ist die unter und kind folgt die elbe und beleitung ja ich finde es jetzt irgendwie nicht jetzt noch mal da oben nach ja ich glaube ich habe ich auch hier komme ich hoch wenn es da nicht besagt von bockers suchen mein gott und nämlich dann würde ich sagen ich beende den part hier wenn wir suche werde ich oft geht irgendwie zu weitermachen und da brauche ich mich jetzt erschreckt da kommt schon ja 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 werde ich irgendwie oft wie mit der suche weitermachen auch 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 und dann kurz vorher wenn ich sie gefunden habe jetzt auch da gehen klingt einleuchtende war für verschwendung wird gericht na gut da würde ich sagen ich bin in dem part hier weiß ich das nicht schon gesagt habe und wir sehen uns im nächsten fahrt von let's play tales of xilla ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss